Letzte Woche ist im Dresdner Stadtrat etwas wirklich Wunderschönes passiert. Die Hufe-Wiese, das Problem Hufe-Wiese ist gelöst worden. Und es entstehen jetzt Wohnungen, es entstehen 70.000 Quadratmeter und mehr Park. Der Park, der jetzt umzäunt ist, wo man eigentlich nicht wirklich drauf kann, wird geöffnet für die Menschen in Pieschen, Drachen, Berge. Und auch der Investor ist froh. Der Investor kriegt einen Park vor seine Nase und er kann ungefähr 400 Wohnungen bauen, von denen fast ein Viertel Sozialbindung hat. Also für Menschen, die es nicht so dicke im Portemonnaie haben. Nun ja, das ist jetzt kein Neustart-Thema, aber da ich ja zufällig auch Stadtrat bin, mache ich auch so Sachen. Und da die Hufe-Wiese, dieses Lösen des gordischen Knotens, mich einfach so fröhlich macht, habe ich das jetzt hier auf unserem Neustart-Piraten-Cast erzählt. Und man kann natürlich auch im Stream, das gibt eine Aufzeichnung, einfach bei Google oder in DuckDuckGo eingeben, Stream Stadtrat Dresden und dann kommt das, kann man sich den ganzen Kram, die ganzen Reden nochmal angucken. Ich freue mich.